Der Frühling hat bereits begonnen und der Sommer steht vor der Tür. Aber was wären diese Jahreszeiten ohne den gemütlichen Biergarten des Pfefferlechners? Der Pfefferlechner, der urige Buschenschank in Larner, hat seit März seine Tore geöffnet. Egal ob in den heimeligen Stuben, im urigen Keller oder in den lauschig-gemütlichen Ecken des Innenhofes. Die Familie Leimer verwöhnt all ihre Gäste mit hausgemachten Spezialitäten und natürlich mit selbstgebrautem Bier. Der Pfefferlechner, eine Oase der Gemütlichkeit für Feinschmecker und Genieser. Mein Mann und seine Familie haben vor 32 Jahren angefangen, ganz klein, als Buschenschank. Es wurden nur Eigenprodukte serviert, so wie zum Beispiel Knödel, Pellkartoffeln, Speck, natürlich nur Wein und Säfte. Und in der Zwischenzeit sind wir ziemlich gewachsen. Also seit 1997 brennen wir unseren eigenen Schnaps und seit 2005 machen wir das eigene Bier. Natürlich servieren wir Tiroles Marenten, Spezialitäten vom Grill, wie die Speerrebs, die Zwerghühner. Das ist uns sehr wichtig, dass wir eben nur regionale Sachen da verwenden. Wir versuchen Produkte aus der Umgebung zu servieren, wie die Käsesorten aus dem Uldental, von der Algundersennerei, den Speck von unserer Metzgerin Völlern. Also hauptsächlich Sachen aus der Umgebung. Seit Jahrzehnten gilt der Pfefferlechner als Treffpunkt für Einheimische und Touristen, Gruppen, Freunde und Paare. Besonders beliebt ist der Pfefferlechner bei Familien. Während sich die Kleinen im Indianerland austoben, können die Eltern in aller Gemütlichkeit die schmackhafte Küche des Pfefferlechners genießen. Saftige Rippeln und leckere Strauben für die Großen. Flauschige Kaninchen und liebenswerte Ponys zum Streicheln für die Kleinen. Wir haben natürlich nicht nur an die Erwachsenen gedenkt bei uns in Pfefferlechner, sondern wir haben auch einen großen Spielplatz, wo sich die Kinder austoben können. Das Indianerland, die Kegelbohnen und viele Tiere von den Ziegen über die Hasen, so einen kleinen Streichelzoo. Und für alle Bierliebhaber, der Pfefferlechner lädt seine Gäste nicht nur zum Verkosten der drei Biersorten aus der hauseigenen Brauerei ein, sondern auch zu einem Rundgang durch das Brauereigewölbe. Martin, Christine, Sohn Maximilian und das gesamte Pfefferlechner-Team erwarten euch im Pfefferlechner in Lana, St. Martinsweg 4, um kulinarische Träume wahr werden zu lassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017